Ich muss jetzt irgendwas sagen. Es muss intelligent sein. Intelligent und witzig. Etwas, an das sie sich noch Jahre später erinnern wird. Macho Man. Als Buch oder Hörbuch. Ab sofort im Handel. Super. Das war der perfekte Start für so eine Beziehung. Jetzt wird sie beim nächsten Mal sowas sagen wie Hey, bist du nicht der Typ mit dem Hustenanfall? Du, ich hab noch nie jemanden so gefühlvoll Husten gehört. Es war, als ob sich eine Pforte geöffnet hätte, durch die man direkt in deine Seele gucken kann. Macho Man. Als Buch oder Hörbuch. Ab sofort im Handel.